Verdammte Spinnen! Inspiziere das Grab der Königin. Ah, Knarre. Ah, Spinnenhorror. Ich will's gar nicht richtig aussprechen können. Das sind Spinnen. Wer zum Teufel möchte Spinnen richtig aussprechen? Niemand. Einlinge, aber nicht mal mehr irgendwas Cooles. Das so bitter. Ah. Oder bedenkt, dass wir hier nur Kinder verprügeln. Muss ich sagen. GG. Ja. Die haben hier nicht mehr mehr beachtet, die Spinnen. Was ist los? Was ist los? Mal untersuchen. Muss da jetzt drin sein? ich dachte ich musste jetzt folgen ich dachte erst mein freund sagen wir mal ganz kurz heilung ein wir brauchen doch schon ein bisschen länger todesklage ein einzelnen hammer mehr nicht wir haben die gruft abgeschlossen und wir können jetzt sprinten okay das ist relativ nutzlos sind wir mal ehrlich ich möchte nicht sprinten können ich möchte mein leben nicht sprinten beharrlichkeit schaden gegen untote von mir aus okay wir müssen in den norden weil er plötzlich der meinung ist dass es im norden ist ja ich verlasse es wirklich jetzt der meinung dass es im norden ist begebt euch ach so ja wir waren ja auch schon da wir waren doch sogar schon da ach so die die wollen sich noch platzieren warte die buffern noch jetzt jetzt kommen sie die waren noch am buffern nehme ich natürlich mit gucke ich mal hallo steht da immer noch rum wobei vorhin war es ein mädchen selbst ein mann geworden massaker gab eigentlich gar nicht wenig xp sah irgendwie danach aus töte die leute nicht hat er hat schon helfen warum habe ich kein m ich habe das war ein einzigen helm gefunden was platte der wache könnte besser sein aber natürlich vitalität mehr leben besseres aussehen kann man nicht behaupten das ist ja wir fordern hier geld ein mein geld eingefordert Fertigkeiten? Ach ja, das ist ja Sprint, aber das brauche ich gar nicht. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit. Währenddessen könnt ihr Gegner ungehindert durch... Könnt ihr euch ungehindert durch Gegner bewegen und seid immun gegen Bewegungseinstellungen? Das brauche ich eigentlich gar nicht. Das brauche ich wirklich gar nicht. Das wirkt echt, ne? Ah, hallo wieder. Ich glaube, ihr habt hier auch den Surgen der Energie folgert. Lethys hatte nie die Patience für die Sattelheit. Komm, wir müssen die Grunde dieser profanen Rechte Auf ihrer Apex. Wir werden meinen wegwerden Apprentice finden. Der Typen, der da oben kämpft. Hätte ich wieder viel zu schnell gedrückt. Ist das dein Knochen, Golem? Aber auch so rein. Ich glaube, wir müssen da rein. War Todesritual zerstören. Ich habe aber so wenig Leben. Gut, wieder in die richtige Richtung. Aim hat er. Aim hat er. Wir machen das kaputt. Kaputt! Ich glaube, Shulu ist glücklich. Meine Güte. Ich muss das. Quaint. Well, there are always three of these rituals. Go and put an end to the others. Ach, ich muss das. I'll go and keep letters occupied. For my sake, do try to be expedient. Mit was? Rasier dir gleich deine Totengräberbrust, Alter. Ganz ehrlich, wenn du weiter so machst. Ich glaube es ja wohl. So, der hat ein Schild. Hanne. Ich glaube es... jetzt mal aufhören mit sperren zu werfen was ist los mit dir ein frechdachs frechdachs kommt ein blutgolem ich wollte gerade weg ist aber wirklich das war doof so der golem ist tot weiß ich aber auch nie wer gut und wer böse ist von denen ich glaube auf der anderen seite wartet auch noch ein golem war definitiv und die gole sind relativ böse aber da ist auch noch eine kiste oben rechts also auf der karte oben rechts warte 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 der buffert wir laufen wieder her lade 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 guck mal her wuffi hund sitzt hund sitzt so hier oben war irgendwo eine kiste habe ich vorhin gesehen ich verprügel alle die ich sehe hier oben ist noch so eine ane das ist das ist ein 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 teleportations teleporter ach so das ist ja okay ich verstehe ich verstehe was du meinst ich verstehe was du meinst was das sein soll hören sie auf damit mit dem knochenhaufen angefasst ich hoffe wir haben auch gleich wieder raserei für die andere seite oh neue quest tippe um schnell den da oder was ich glaube den da müssen wir jetzt töten die weg hier vor aua 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 was ist cool das ist cool aua 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 au Das ist ein bisschen ausdünnen hier. Aber jetzt hört auf mich an zu rammeln. Glaubst du ja wohl. Kannst du mal hier so rumlaufen, als wäre ich wichtig. Sehr gut. So, jetzt ist es nur noch der hier. Aber wir sind jetzt... Hör mal auf damit, Junge. Wir sind jetzt besser drangestellt. So, jetzt haben wir den Lachs erledigt. Uh, guck mal hier. Magischer Staub, das ist ja... Und eine Hose. Eine Hose. Endlich ist es soweit. Das war jetzt nur so nebenaufgabentechnisch, ne? Das haben wir auch alles bekommen. Also, navigiere Schmied. Nein. Abklingzeit erneuert. Achso. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir haben absolut gar nichts davon bekommen. Was auch immer der alles fallen gelassen hat. Super. Wir haben magischen Staub bekommen. Was auch immer uns der bringt. Das ist Schmiedematerial. Aber wann auch immer wir überhaupt dazu kommen, zu schmieden. Sehe ich? Ach, da sehe ich mein... Hier, da. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Mauscursor tatsächlich seht. Ich weiß nicht, was Hild ist. Ich weiß tatsächlich nicht, was Hild ist. Ich glaube, das ist irgendwie... Zeugs. Sprech mir den Schmied und wertet ein Gegenstand auf. Das will ich aber nicht machen. Ich will den anderen Quest machen. Warte. So. So wird ein Schuh draus. Heimlich verklickt. Ein Verfallgolem. Ja, cool. Ja, das Haus muss mich zerstören. Wir sind vergiftet. Das ist ein bisschen nervig. Ich brauche Energie. Meine Hilfe wird zurück. Sie wird zurück. So. Der war irgendwie der gefährlichste. Weil der uns vergiftet hat und verlangsamt hat. So, letztes von diesen Todesritualen zerstört. Was? Achso. Mitschütz machen. Level up. Wirbelwind. Spalten. Und wieder nichts, was uns besser macht. Bitte doch. Zumindest so auf den ersten Blick nicht besser macht. So, dann treffen wir uns wieder mit unseren Kumpeln. Der, ja, der Meinung sind, dass ich nutzlos bin und mich mal nutzig machen kann. Und er sich einfach nur verhält wie ein Arschloch. Seien wir mal ehrlich. Was? Ein Kutschenhaltepunkt? Was ist ein Kutschenhaltepunkt? Gut. Ich vermute mal, hier hält eine Kutsche an, aber... Kutschenhaltepunkt. Hier ist eine Kutsche, ja. Achso, das ist ein altes Kumpel. Okay. Ja, ein bisschen. Das willst du aber trotzdem. Was ist da oben? Da oben ist noch irgendwas. Da. Da ist noch was. Krabstein von Frechdachs. Frechdachs ist tot. Frechdachs ist tot. Bestimmt, weil er hier nur rumlootete. Also nur rumstand. Kann ich da was machen? Nö. Ich kann Frechdachs leider nicht das Leben retten. Es tut mir leid, Frechdachs. Ich hätte dir das Leben gerettet, aber... Du willst ja nicht. Wenn ich will, der hat schon. Wenn ich hat, der will nicht. Kann ich hier was machen beim Kutschenpunkt? Ich meine, das wird so theatralisch angesagt. Oh, wir stoßen jetzt Blitze aus. Hm, schön. Für manche ein Fetisch, für andere eher so Blitze. Süß. Süß. Dieser unsagbar kleine süße Blitz. Ja, Blitz war süß. Ich glaube, wir verrennen uns die ganze Zeit in dieselben Leute hier, oder? Kann das sein? Ich meine, schön, wenn wir ein bisschen leveln, aber... Ich glaube, wir sollten langsam weiterziehen. Mach ich jetzt, mach ich jetzt. Wo ist Kumpelblase? Ich bin, du bist Kumpelblase. Ich bin, du bist Kumpelblase. Ich bin, du bist Kumpelblase. Ich bin, du bist so vielzichtig für meine Talent. Was? Der glaube ich auch. Das ist fertig. Der breche ist öblich. Du kannst ihn nicht stoppen. Und ich wollte ihn auch nicht. Du bist mein Ziel, Lethus. Mein Fehler zu unterbrechen. Achso, sprecht mit ihm. Achso, er ist mitten im Kampf. Oder mitten im Aufhalten. Und wir sollen einfach mit ihm reden? Okay. So. Jetzt kann ich scrollen. Ich will hier scrollen. Hier muss ich so scrollen. Ne, warte, das Schwert wollte ich haben. Entfernen. Und dann können wir das... Ach ne, wir können nur jeweils in einer Hand... Okay. Okay, wir können in einer Hand das eine tragen und in der anderen Hand schwerere Sachen. Okay, gut, Entschuldigung. Okay, gut, Entschuldigung. Vielen Dank.